Also, ohne Witz, habe ich schon ein paar Mal gesagt in meinem Leben, aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, bester Auftritt bis dato. Das ist eine Ansage. Jokers Meinung ist das auch. Ich hatte schon Auftritte, wo ich ein In-Ear hatte und schon ein besseres Gefühl beim Sound, obwohl ich vielleicht nicht so viel gebrüllt habe, aber vom Gefühl, ich habe noch nie mehr zurückbekommen als heute.